Moin und Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Handschuhdorn. Diesmal in einer Solo Runde. Jetzt habe ich das glaube ich in der neuen Version zum ersten Mal gestartet. Scheiße da oben. Schöner Präsentierte. Was ist hinter mir? Die Ausgänge auch. Aber ich denke mal, dass da bestimmt gleich was von hier angewandt kommt. Schöner Präsentierte. 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 Ah, ein bisschen weniger. Ich dachte gerade irgendwie gehört zu haben, dass da noch jemand kommt. Aber dem ist nicht so. Also die Frage da oben hin, werde ich wahrscheinlich zu spät sein, weil die da direkt einen Ausgang haben. Also macht es ja schon irgendwie Sinn, noch den Tread anzusammeln. Na, den kriege ich wieder nicht. Also hier gibt es ja durch den Hellengeborenen, der gestorben ist. Das gibt es da einen Tread. Und den hole ich mir jetzt. Das ist ja gar nicht. Ja, ja, ja. Bleib mal lieb. Ich mache nicht so viel Krach. Oh, hey, warte mal. Das ist natürlich mega. Für einen Solo. Schöne Waffe, aber dann verliere ich meinen Bogen. Das machen die, die gehen wir schon raus, ne? Ja. Genau, das hätte ich nicht geschafft. Das hätte ich nicht behindern können. Von daher ist die Runde leider gelaufen. Aber den Tread, den will ich noch holen. Die Frage ist auch, wo sind die ganzen anderen Teams? Die Frage ist auch, wo ist das? Okay, das wird ja, das wird wohl so gewollt sein. Dass man die eben nicht da drunter verstecken kann. Das ging eine ganze Zeit lang. Oh. 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 Wo wurde denn da jetzt geschossen? Hier? Oder da? Weiß es nicht. Wenn da oben geschossen wurde, dann müssten da ja auch gleich welche Angehörungen kommen. Kommt da noch jemand oder nicht? Ach komm, wahrscheinlich nicht. Ja, leider nicht ganz so erfolgreich. Ich hab mal ein Intimhaus gestaltet, dauerhaft. Naja. So, nächster Versuch als Solo. Gleicher Hunter. Und ein Stück wieder da, wo wir bei dem rausgegangen sind. Man gebe mir... Da. Einen Pfeil zurück, wollte ich sagen. Einen Pfeil zurück, wollte ich sagen. Ich muss ja sagen, ich hätte gar keine Lust dazu, selber die Spinde zu machen. Alleine. Die Spinde. Da ist gut. Oder? ... ... ... ... Okay, da geht's. Vielleicht möchte der ja später mal jemand lang. Habe ich ernsthaft die Regenerationsspritze genommen? Statt Ausdauer. Das ist natürlich auch äußerst clever. Ah, da wird auch gar keiner mehr lang kommen. Das schließt sich ja aus. Ich hätte mal vorher auf die Map gucken sollen. Okay, das ist ja. 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 So, wir sollen raus. So, wir sollen raus. Versuchen wir einfach mal davon zu kommen. Es ist natürlich möglich, dass jetzt noch irgendwie ein Team mir entgegen kommt, aber das werden wir dann sehen. Oder von da oben. Könnt ihr auch hier quer kommen. Okay, auf jeden Fall hinter mir. Dann nutze ich mal die Brücke. Okay. 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 Jetzt sind alle weit genug entfernt Dann setzen wir uns mal hier hinter Sehen immer noch niemanden Das sollte dann Eine easy bounty sein Das sollte dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020